99 Affen – Ideen für eine bessere Welt Heute möchte ich euch eine neue Richtung in der Psychotherapie vorstellen, und zwar die Metakognitive Therapie, von der ich total begeistert bin und die sich in vielen Ländern auch jetzt schon wirklich sehr, sehr durchgesetzt hat, gerade bei der Behandlung von Depressionen und Angststörungen. Und auch das passt wieder ganz wunderbar in diese Zeitqualität, in der wir im Moment sind. Diese Zeitqualität, in der es wirklich immer mehr darum geht, keine Vergangenheit mehr zu haben, das heißt also diese Belastung aus der Vergangenheit nicht mehr ständig in die Gegenwart und in die Zukunft zu ziehen und zu projizieren. Also mit leichtem Gepäck in diese Luftepoche hineinzugehen und in diese komplette neue Möglichkeiten, es ändert sich alles im Moment. Es ist aber jetzt auch plötzlich alles möglich. Und das geht natürlich nur, wenn wir innerlich nicht in den immer gleichen Bahnen weiterlaufen. Also wenn alle Menschen auf der Erde in den immer gleichen inneren und äußeren Bahnen weiterlaufen, dann ändert sich auch nichts, obwohl die Möglichkeiten da sind im Moment. Deswegen herzliche Einladung für diesen Podcast, wen es interessiert und wer lernen möchte, dieses ganze Gedankengepäck wirklich mal loszulassen und mehr zu leben, also wirklich in der Gegenwart zu sein, was ja der ganz, ganz große Punkt ist. Dieses Power of Now, so hat es Eckart Tolle sein erstes Buch auf Englisch genannt. Die Kraft ist jetzt. Dafür brauchen wir Präsenz. Also wer lernen möchte, weniger in Gedanken zu sein, egal ob das jetzt Grübelgedanken, Angstgedanken oder einfach nur Gedanken sind, und wirklich in die Gegenwart zu kommen und aus dieser Gegenwart heraus diese Kraft auch wirklich zu nutzen für Impulse, für unser Leben und fürs Große. Der und die herzlich willkommen zu diesem Podcast. Vor einiger Zeit gab es auch in meinem Leben zwei große Baustellen, die nicht so sehr mit mir zu tun haben, sondern mit dem Leiden und dem Schmerz von mir lieben Menschen. Also ich konnte auch nicht viel dran machen. Und ich habe in der Zeit gemerkt, dass diese Gedankenschleifen mich langsam angefangen haben zu übernehmen. Ich war permanent mit diesen beiden Problemen beschäftigt, bin immer mehr ins Grübeln gekommen, ins Lobdenken, ins Sorgenmachen. Und ich habe wirklich immer mehr bemerkt, dass mein Gehirn als Organ komplett überlastet ist. Also meine liebe Kollegin Satya nennt das eben wundgedacht. Wenn man nur noch am Hirn ist, sagt sie und sich komplett wundgedacht hat. Genauso hat es sich angefühlt. Ein wirkliches Wunddenken. Also mein Gehirn war völlig überlastet. Und ihr wisst, dass wir pro Tag ungefähr 70.000 bis 100.000 Gedanken haben. Das sind schon ziemlich viele. Und dieses Organgehirn muss ja diese Gedanken produzieren. Das ist ein Organ. Das ist genau wie die Schilddrüse ein Organ ist und die Nebennieren, Nieren, Nebennieren, Rinden ständig eben Adrenalin, Cortison, Adrenalin produzieren. Und wenn das zu viel angefragt wird, dann sind die irgendwann total überlastet. Und ich habe an dem Punkt wirklich gemerkt, mein Gehirn ist völlig überlastet. Abgesehen davon, dass das sich total schrecklich anfühlt, weil man dann halt permanent in diesem Stress-Biochemischen-Mix schwimmt. Der ganze Körper ist ständig überflutet mit einem Stress-Mix und das Gehirn ist völlig wundgedacht und es ist überhaupt kein Raum mehr für irgendwas anderes gewesen. Und in diesem Moment, wie das oft so ist, ist mir eine Buchbesprechung in die Hände gefallen. Und zwar über ein Buch, das heißt Lebe mehr, grüble weniger von Dr. Pia Kallesen, einer dänischen Psychotherapeutenkollegin. Die Besprechung war wirklich beeindruckend, weil da stand, dass 70 bis 80 Prozent von Patienten Patienten mit mittelgradig bis schwergradigen Depressionen nach sechs bis zehn Sitzungen mit dieser Therapie geheilt waren. Also Depressionen waren nicht mehr da. Und das hat mich natürlich mega beeindruckt und mega interessiert. Das ist unglaublich hoher Wirkungsgrad im Vergleich zu Medikamenten, im Vergleich zu kognitäre Therapie, Verhaltenstherapie und so weiter. Also ich kenne nichts Vergleichbares. Und in dem Artikel stand, es geht darum, tatsächlich einen anderen Umgang mit Gedanken zu lernen oder dass es um einen Fehlumgang mit Gedanken geht. Das fand ich natürlich super interessant, weil ich schon seit zwei, drei Jahren mich mit diesem Thema beschäftige, wie man aus diesen Gedankenloops aussteigen kann, weil das ganz viele Klientinnen und Klienten haben. Und ich das selber auch immer mal wieder habe, dass ich in so Malströme reinkomme und nicht mehr rauskomme. Also ich habe auch schon vor einem Jahr einen Kurs konzipiert, der jetzt auch stattfindet im April. Und jetzt ergänze ich das eben mit den Erkenntnissen der metakognitiven Therapie. Es ist das Gleiche, aber es ist wunderbar zusammengefasst und noch mal so viel klarer für mich auch noch mal gewesen, was das Metakognitive anbelangt. Also den Überbau, die Landkarte. Und heute möchte ich euch gerne die metakognitive Therapie vorstellen. Und nächste Woche geht es dann um praktisches Üben von diesen Tools, die die metakognitive Therapie uns anbietet. Also ich habe mir dann dieses Buch als Hörbuch gekauft und angefangen zu hören auf einer Zugfahrt zu meinen Eltern nach Hause. Und das war unglaublich, wie innerhalb von einer Stunde sich mein Zustand verändert hat. Und ich kann ja jetzt nur wirklich, habe viele, viele Werkzeuge und kann gut mit meinem Bewusstsein umgehen. Bin da sehr trainiert. Aber auch mich erwischt es immer mal wieder, dass es mich wirklich reinzieht in diesen Mahlstrom oder in diesen Tornado, wo ich dann auch nicht mehr rauskomme. Also der Zustand eine Stunde vorher im Zug. Die Zugfahrt zu meinen Eltern ist lang. Und dann das Buch gehört, ich glaube nur ungefähr zur Hälfte, aber es hat schon gereicht. Und dann eben danach war eine Welt, da war eine Welt dazwischen. Ich war so viel ruhiger, so viel präsenter, so viel klarer. Mein System hat sich erholt. Ich habe gemerkt, dass mein Gehirn wirklich so denkt, oh Gott, Gott sei Dank, endlich mal Pause. Und das hat mich unglaublich beeindruckt. Und mein Mann und ich empfehlen dieses Buch jetzt wirklich jedem und jeder, den wir treffen, die sich dafür interessieren oder die ein Thema mit Depressionen haben oder mit Angst oder generell mit zu viel denken. Und bis jetzt waren alle total begeistert davon. Die metakognitive Therapie wurde von einem britischen Kollegen entwickelt, der Dr. Adrian Wells heißt. Adrian und dann Wells, W-E-L-L-S. Und der unterrichtet an der Universität von Manchester. Und der hat die metakognitive Therapie zusammen mit Kollegen entwickelt. Die nächste in der Kette ist eben Dr. Pia Callesen aus Dänemark, eine dänische Psychotherapeutin, die von dieser metakognitiven Therapie gelesen hat oder gehört und dann ganz elektrisiert war und gedacht hat, boah, das ist ein unglaublich hoher Wirkungsgrad. Also die Wirkung bei so wenigen Sitzungen und so nachhaltig und tief hat sie unglaublich beeindruckt. Und dann hat sie Kontakt mit Herrn Wells aufgenommen und hat bei ihm ihre Doktorarbeit geschrieben, indem sie dänische Patientinnen und Patienten in einer Studie mit der metakognitiven Therapie vertraut gemacht hat. Behandelt ist das falsche Wort bei der metakognitiven Therapie, weil man das selber macht, aber eben vertraut gemacht hat und dann beobachtet hat und mit denen zusammen einfach evaluiert hat, wie ist die Wirkung. Das war sehr, sehr beeindruckend. Und seitdem ist sie eine große Verfechterin oder Vertreterin der metakognitiven Therapie und ihr Buch ist eben auch für Laien geschrieben. Die Quintessenz ist, dass viele unserer Beschwerden wie Grübeln, Depressionen, Ängste nicht mit negativen Gedanken an sich oder negativen Gefühlen an sich zu tun haben oder negativen Ereignissen im Leben, sondern mit einem Fehlumgang mit diesen Gedanken und sich dadurch auch ändern lassen durch einen anderen Umgang mit unseren Gedanken. Also Ängste und Depressionen werden durch bestimmte Gedankenmuster verursacht, die an diese unterbewussten eben metakognitiven, also größer als die Gedanken, die daraus entstehen, aus diesen metakognitiven Überzeugungen von Menschen stammen. Frau Kallesen vergleicht das ein bisschen mit einem ziemlich lebhaften Bahnhof in unserem Kopf. Also sie sagt, es kommen ständig Züge an und fahren auch wieder ab. Also das sind diese 70.000 bis 100.000 Gedanken pro Tag. Sie sagt aber, der Unterschied besteht darin, ob wir in einen Zug einsteigen beziehungsweise wie lange wir in einem Gedankenzug sitzen bleiben. Und sie sagt, es ist so, dass wenn wir einen, sie nennt das Trigger Thought, also Auslösegedanken, wenn wir den denken, dann ist das so, dass sich daran normalerweise dann eben ganz viele Waggons ankoppeln. Also einer von diesen Trigger Thoughts führt zum nächsten Gedanken, zum übernächsten. Und irgendwann haben wir dann diese Schleife vollständig. Also irgendwann kommen wir wieder am Bahnhof sozusagen an und fahren mit dem Zug dann wieder los. Und sie sagt, jedes Mal, wenn sich da ein neuer Waggon dran koppelt, dann wird der Zug schwerer und schwerer und schwerer. Und übersetzt auf den Körper ist das, dass unsere Biochemie immer weiter sich in Richtung nicht gesunde biochemischer Mix verändert. Ihr wisst selber, wie das ist, wenn man sich mal eine halbe, dreiviertel Stunde in irgendwas reingedacht hat oder geängstigt hat, dann stehen wir komplett unter Stress. Also Emotionen und Körper befinden, was ja eins, was ja zusammengehört. Unsere Energieniveau ist niedrig, wir sind total gestresst, wir sind aufgedreht und erschöpft. Diese ganzen Folgen, die eben dieser Stress-Biochemische Mix im Körper auf Dauer anrichtet. Und sie sagt jetzt, worüber wir Einfluss haben, worauf wir Einfluss haben, ist nicht, ob diese Züge kommen und gehen, sondern ob wir in einen Zug einsteigen und wie lange wir in diesem Zug sitzen bleiben. Also ab wann wir merken, oh, ich sitze im Zug und dann wieder bewusst aussteigen. Und das ist im Prinzip die Essenz von der metakognitiven Therapie. Diese Metakognitionen, also diese großen Überzeugungen, diese unbewussten Überzeugungen im Hintergrund, die das machen oder die das mit verursachen, es ist wichtig, die aber wirklich bei sich selber einmal auszusprechen und durchzugucken, wirklich zu untersuchen, weil die ganz wichtig sind für das Verständnis davon, dass es tatsächlich gesund ist, aus diesem Zug wieder auszusteigen. Also diese großen kognitiven, metakognitiven Überzeugungen im Unbewussten, also in diesem großen, meistens auch nicht zugänglichen Bereich von uns, sind folgend. Einmal, was ich da denke, stimmt. Also wir sind der Ansicht, dass was wir denken und dadurch dann auch fühlen, das stimmt. Die zweite Überzeugung ist, es ist nützlich. Das heißt, je länger, wenn ich ganz viel über was nachdenke, dann hilft mir das, eine Erklärung und Lösung zu finden. Und die dritte metakognitive Überzeugung, die wir normalerweise haben oder auch Menschen, die zu Depressionen neigen oder die Depressionen haben, ist, ich kann nichts dagegen machen. Ich bin dem total ausgeliefert. Ich kann nichts gegen meine Gedanken machen. Die metakognitive Therapie geht von drei ganz anderen Wahrheiten aus und die kann ich komplett unterschreiben. Das aus meiner Erfahrung, also und ich glaube, das ist auch inzwischen eure Erfahrung. Wenn man eine Weile unterwegs ist, dann kommt man wirklich irgendwann zu dem Punkt. Nämlich erstens, das, was ich da so vor mich hindenke, stimmt nicht. Ich bemerke bei mir, je bewusster ich das wahrnehme, immer mehr wirklich was für schräge Sachen, die ich manchmal denke oder oft denke. Also das, was ich da so vor mich hindenke, stimmt nicht in der Form. Es ist meistens, wenn überhaupt, eine Übergeneralisierung, also immer nie, das stimmt so nicht oder es stimmt überhaupt nicht. Das heißt, ich lege irgendjemand irgendwas in den Kopf und dann stellt sich nachher heraus, dass es was ganz anders gewesen. Also Punkt eins, nein, das stimmt nicht. Diese Grübelgedanken und diese Sorgen. Zweitens, ist es nützlich? Nein, es ist nicht nützlich. Denn wir kommen ja in diesen Loops immer. Also es gibt nützliche Gedankenprozesse, das sind die, wofür der Geist auch ausgestattet ist oder ausgerichtet ist, also der Verstand. Das ist darüber nachzudenken, wenn ihr in Urlaub fahren wollt, was ihr alles noch vorher erledigen wollt. Also ihr braucht jemanden, der die Blumen gießt und ihr müsst den Schlüssel irgendeinem Nachbarn geben und die Zeitung abbestellen oder was auch immer. Der Unterschied besteht darin, dass ihr danach eine Liste habt von Dingen und auch eine Lösung dafür habt. Also ihr wisst genau, okay, Nachbarnbescheid sagen, okay, check. Schlüssel abgegeben, ja, check. Das heißt, wenn ihr darüber nachdenkt, findet ihr Lösungen, also Erklärung und Lösungen. Und danach ist es besser. Also es ist geklärt, es ist gelöst, es ist erledigt. Ganz anders ist es mit unseren Loops. Ihr könnt da zwölf Stunden am Tag darüber nachdenken und das tun wir manchmal. Wir sind manchmal zwölf bis fünfzehn Stunden in diesen Loops, in diesen Grübel und Angst und Sorgen machen schleifen drin. Und offensichtlich habt ihr kein Ergebnis gefunden und keine Erklärung und keine Lösung. Bei der Liste für den Urlaub reicht es, wenn man einmal darüber nachdenkt und dann hat man diese Liste. Bei diesen großen Sachen, über die ihr grübelt oder euch Sorgen macht, habt ihr wahrscheinlich schon ganz oft gegrübelt und nachgedacht. Und ihr habt noch keine Lösung oder keine richtige Erklärung gefunden, die wirklich hilfreich wäre. Wir merken das immer daran, dass wir immer wieder am Ausgangspunkt ankommen und wieder von vorne starten. Das ist ein Kreis und nicht von A nach B. Das ist der Unterschied. Also nein, es ist nicht nützlich. Ganz im Gegenteil. Es blockiert ganz, ganz viel, ich sag jetzt mal Arbeitsspeicher und verhindert, dass ihr die Welt wahrnehmt. Es verhindert, dass ihr lebt und das setzt euer gesamten Organismus massiv unter Stress und es ist wirklich eine schlechte Angewohnheit, die dann immer schlimmer wird. Also nein, es ist das Gegenteil von nützlich. Es ist nicht, es ist schädlich tatsächlich. Und zum dritten Punkt, ich habe keine Kontrolle darüber. Worüber wir keine Kontrolle haben oder nicht so viel, ist, ob diese Gedanken kommen. Die sind tatsächlich, die blubbern einfach hoch. Da wissen wir oft auch gar nicht, aus welcher Ebene die kommen und wir können nicht sagen, was wird wohl mein nächster Gedanke sein. Wir können diese Frage nicht beantworten, weil die eben aus diesem unbewussten Bereich hochkommen. Wobei da dann die anderen Techniken ansetzen, die ich sehr, mit denen ich ja seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten arbeite. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch diese Ursachen für dieses Hochblubbernde, diese Gasblasen sozusagen, die auch tatsächlich zu finden und zu lösen, weil dann einfach viel weniger Material nach oben kommt. Dann sind es halt keine 70.000 Gedanken mehr am Tag, sondern vielleicht 30.000 oder 40.000, mit denen man sowieso dann viel besser umgehen kann. Also ich glaube schon, dass es beides wichtig ist, aber beides zu seiner Zeit. Und im Moment möchte ich eben die Technik metakognitive Therapie vorstellen, wo wir uns mal einfach eine Pause nehmen von der Innenschau. Es ist Zeit für Innenschau und es ist Zeit für Nicht-Innenschau oder für Leben, für wieder nach außen gehen. Und Innenschau hatten wir, glaube ich, jetzt die ganzen letzten Jahre und Jahrzehnte reichlich. Ich glaube, jetzt ist es für uns alle Zeit, mal Pause zu machen und unserer Psyche selber die Verarbeitung von Sachen zu überlassen. Weil das hat mich sehr fasziniert. Frau Kallesen sagt, dass die Psyche, wenn wir sie in Ruhe lassen, in der Lage ist, vieles von selber zu heilen oder vieles aus sich heraus zu heilen, weil die Psyche genau wie der Körper, die Physis, Selbstheilungsmechanismen hat. Selbstregulations- und Selbstheilungsmechanismen. Und das ist wirklich interessant, dass wir das beim Körper so als gegeben bei vielen Sachen annehmen. Also wenn wir uns schneiden, dann machen wir uns da keine Gedanken drüber, wie der Körper das irgendwie hinkriegt. Wir lassen es in Ruhe, wir versorgen es und lassen es dann in Ruhe und der Körper heilt das von selber. Sie sagt, die Psyche ist auch ein Organ, das Gehirn ist ein Organ, das Nervensystem ist ein Organ. Das heißt, auch die Psyche kann sich selber heilen, vieles, wenn wir sie in Ruhe lassen. Und das ist eben genau der Punkt. Sie sagt, beim Körper, wenn wir immer wieder an einer Wunde knibbeln, dann kann die nicht zuheilen. Und sie sagt, das ist bei der Psyche genauso. Das heißt, wenn wir immer wieder in die Tiefe gehen und immer wieder in die Themen reingehen, dann knibbeln wir sozusagen immer wieder diese Wunde auf und die Psyche kann sich nicht selber heilen. Und sie sagt, das ist eben oft das Problem bei einer konventionellen Therapie, die sie früher eben auch gemacht hat. Ich glaube, sie kommt aus der kognitiven Therapie oder aus der Verhaltenstherapie. Sie sagte, sie hat festgestellt, dass das oft gar nicht so gut war, das immer und immer wieder anzusprechen und immer wieder reinzugehen. Also ich glaube, es ist beides zur rechten Zeit genau das Richtige. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, bei den Sachen, die groß sind und immer wieder hochkommen, in die Tiefe mal zu schauen und zu sagen, okay, welche Not ist denn da bei mir drunter, die dann aber auch mit einer lösungsorientierten Kurzzeit-Herangehensweise zu lösen. Also nicht sechs Jahre damit zuzubringen, sondern zu sagen, okay, wie kann ich da jetzt wirklich dran gehen? EFT ist da zum Beispiel super, Theta ist super. Also da gibt es wirklich Werkzeuge dafür. Aber wir gucken uns jetzt mal die metakognitive Therapie an, die eben sagt, keine Innenschau mehr im Moment, sondern lasst der Psyche Zeit und den Raum, sich selber zu heilen. Das fand ich einen super interessanten Ansatz, den ich einfach mal ausprobiert habe, weil ich gedacht habe, ich bin mal sehr gespannt, was passiert. Ist das ein Verdrängen oder ist das wirklich ein Heilen? Und ich habe festgestellt, dadurch, dass wir uns Grübelzeit geben, das sage ich aber gleich, das gehört eben auch dazu, dass man sich am Tag auch eine Zeit selber nimmt und gibt, wo man grübeln darf und sich Sorgen machen darf, also eine halbe Stunde oder eine Stunde pro Tag. Das heißt, man verdrängt es eben nicht, sondern was hochkommen möchte, kommt dann auch hoch. Aber in der anderen Zeit eben dann nicht ganz bewusst. Also verdrängt aus meiner Erfahrung nein. Und hat sich vieles selber geheilt? Ja, tatsächlich. Also ich kann es komplett bestätigen, dass vieles, wie gesagt für die anderen Sachen, da sollte man dann auch nachschauen, aber so viele Alltagssachen und einfach schlechte Angewohnheiten, die haben sich tatsächlich von selber aufgelöst. Viele Probleme haben sich auch von selber aufgelöst. Kann ich total bestätigen, all das. Also nein, die Gedanken stimmen nicht, die ich da vor mich hindenke. Und auch, wir haben ja letztes Mal und die vorher letztes Mal auch darüber gesprochen, dass wir uns über so viele Sachen Gedanken machen und im Kopf dann so eine Riesengeschichte entsteht und dann die Realität komplett anders ist meistens. Also ich glaube inzwischen, meinen Gedanken, ich habe vorher schon immer sehr, mit meinen Pressemeldungen war ich schon sehr vorsichtig, aber inzwischen merke ich wirklich durch die Beobachtung, wie verzerrt das oft ist und dass es meistens tatsächlich wirklich nicht stimmt. Und es ist nicht nützlich, das habe ich auch festgestellt. Also wenn ich im Loop denke, dann weiß ich, ist es nicht nützlich. Punkt. Und ich habe Kontrolle darüber. Und das habe ich eben auch festgestellt. Mit diesem Wissen im Hintergrund und das war für mich total wichtig. Es war für mich total wichtig zu wissen, die Psyche kann sich selber heilen, wenn ich sie in Ruhe lasse. Es war mir ganz wichtig, diese metakognitiven Annahmen, die ich auch ich anscheinend doch unbewusst auch noch ein bisschen hatte. Vor allem mit dem, es ist nützlich, weil das ist auch mein Beruf, wirklich den Sachen auf den Grund zu gehen. Vielleicht ist das auch ein bisschen eine Berufskrankheit bei mir. Und ich habe festgestellt, nein, bei den Loops ist es nicht nützlich. Ich denke da seit langem drüber. Ich gehe seit langem in die Tiefe und bin da trotzdem in diesen Loops gewesen. Und ja, ich habe Kontrolle darüber. Das war für mich wichtig. Dieses metakognitive, diese Rahmen, diese Landschaft. Und dann war es für mich tatsächlich relativ einfach, erst mal festzustellen, was sind denn meine Trigger-Thoughts. Das ist eben auch Teil der Therapie, aber da werde ich mich. Nächste Woche geht es da um die Praxis. Aber nur so ein bisschen als Überblick. Also sie empfiehlt, die eigenen sich selber mal zu beobachten ein, zwei Tage und dann Trigger-Thoughts aufzuschreiben. Also Gedanken, mit denen normalerweise so ein ganz langer Zug, so ein Grübeln, so ein Sorgenzug, so ein Grübelzug, so eine Schleife startet. Sodass wir die frühzeitig auch erkennen und nicht ganz unbewusst in den Zug einsteigen und dann erst irgendwie fünf Kilometer vom Bahnhof merken, wir sind in diesem Zug. Sondern je früher wir den bemerken, so früher können wir aus dem Zug aussteigen oder sogar uns entscheiden, gar nicht erst einzusteigen. Und dann empfiehlt sie, ein Geräusch im Außen zu nehmen. Also wirklich den Gedanken. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal den Gedanken wirklich einfach loszulassen. Und bei mir ist das tatsächlich sehr einfach. Sobald ich merke, dass es ein Trigger-Thoughts, lässt mein Verstand, mein Gehirn, mein Geist von alleine los. Alleine schon diese Kopplung, das ist wie heiße Herdplatte, Hand weg. Also mir fällt das sehr leicht, dann das loszulassen, weil ich eben weiß, es ist nicht nützlich und ich weiß, es stimmt nicht. Und ich habe Kontrolle darüber. Die zweite Möglichkeit nennt sie Detached Mindfulness. Also eine Achtsamkeit mit Abstand. Das heißt, sie empfiehlt sich die eigenen Gedanken einfach ganz entspannt und mit Abstand anzugucken. Also nicht einzusteigen, sondern nur denen zuzugucken, wie im Kino. Aha, jetzt denke ich das. Ach, interessant. Und jetzt das. Und einfach nicht einzusteigen emotional, sondern die Gedanken einfach wie Wolken vorbeiziehen zu lassen. Das fällt mir relativ schwer. Also das Loslassen ist für mich auch viel einfacher und viel direkter. Deswegen mache ich das. Und es ist eben ganz wichtig, sich Grübelzeit zu nehmen. Also sich am Tag wirklich eine feste Zeit, sie sagt, am besten ist es eine feste Zeit, wo es geht, sich zu genehmigen, zu sagen, okay, von 17 bis 18 Uhr oder von 17.30 bis 18 Uhr darf ich grübeln und mir Sorgen machen. Einfach ganz normal das denken, was ich sonst auch denken würde oder wirklich intensiv über Sachen nachdenken. Also eine super, wirklich super, super Ansatz, der sich immer mehr auch durchsetzt. Und zu diesem, unter anderem zu dieser Art oder zu dieser Sichtweise, zu dieser Therapieform und der Praxis werde ich am 13.14. April einen Live-Kurs in Bonn machen. Eben Stop Ruminating, Aufhören mit dem Grübeln und vor allem aber auch Leben. Also wie man aus diesen Gedankenzügen aussteigen kann. Ich werde auch noch andere, wie gesagt, ich beschäftige mich da seit zwei Jahren damit, andere supergute Werkzeuge vorstellen, die alle ineinander greifen, um selber wieder Kontrolle darüber zu haben und selber entscheiden zu können und um sich auch das abzugewöhnen, wie das ist. Wie gesagt, eine schlechte Angewohnheit und die verstärkt sich dann eben auch mit der Zeit. Und das können wir uns genauso gut wieder abgewöhnen. Also ein Kurs, es sind noch zwei Plätze frei für Kurzentschlossene oder für Schnellentschlossene, findet ihr die Verlinkung ist unten, wo wir das wirklich in einem ganzen Wochenende nochmal alles durchsprechen, Übungen miteinander machen und das wirklich auch lernen, das im Alltag umzusetzen. Und wie gesagt, noch tolle Werkzeuge dazu lernen, die nicht aus der metakognitiven Therapie kommen, aber die sehr, sehr hilfreich sind und sehr nützlich. Also nächste Woche dann die Praxis, einen kleinen Einblick in die Praxis. Wir werden dann eine kleine, zwei kleine Sachen machen, wie ihr das selber auch üben könnt und schon mal probieren, ausprobieren könnt. Und dann gerne wieder einen Daumen hoch, wenn ihr möchtet und gerne dann kommentieren, wenn ihr wollt. Also kennt ihr vielleicht die metakognitive Therapie? Was macht die bei euch? Kennt ihr das Buch? Habt ihr es mal ausprobiert? Also wie gesagt, ich kann nur aus meinem direkten Umfeld sagen, spektakulär von den Ergebnissen, auch von mir selber. Und gerne abonnieren, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Die Abozahlen gehen hoch. Das freut mich sehr, weil dann einfach auch, dass mehr Leuten vorgeschlagen wird. Und ich freue mich immer sehr, wenn diese Botschaften wirklich möglichst viele Menschen erreichen. Weil ich glaube, dass es im Moment gerade total wichtig ist, dass wir verstehen, was los ist im Außen. Das ist eine superextreme Energie. Also vor ein paar Tagen hatte ich wirklich, vielleicht am letzten Freitag oder so war das wirklich, da war das wirklich zu spüren, dass diese Realität total instabil wird an dem Tag. Abends ging es dann wieder, aber tagsüber war es eine ganz, ganz merkwürdige Atmosphäre. Und im Moment, wir haben jetzt den offiziellen Jahresanfang, Frühjahrstag und nachgleich ist tatsächlich vom echten Jahr, also von dem rhythmischen Jahr, von dem zyklischen Jahr, was eben mit Sonne, Mond und den Jahreszeiten zu tun hat, haben wir jetzt Jahresbeginn. Und ich finde, da ist auch die Energie immer sehr deutlich anders. Und da kommt auch bei den meisten von uns eine ziemliche Frühjahrsmüdigkeit. Das liegt auch an diesen extremen Veränderungen im Außen. Es ist alles sehr instabil und das kostet uns ganz schön Kraft, uns irgendwie innerlich damit, das zu verarbeiten. Also, nächste Woche dann die Praxis und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Halt 1 2 3 4 4 5 5 6 6 4 8 7 8 Untertitelung des ZDF, 2020